Ich soll ja mit Sonne füllen, ne? Nicht gegen die Sonne. Einfach nach vorne gehen und weg kommt er auf. Wir haben das Ding bei euch anders. Wir können ja nicht verabschieden. Ja, das sieht gut aus. Juppi! Und umdrehen, umdrehen. So, und jetzt rennst du ihn runter. Ich lege euch auf den Schirm zu. Also wenn er sich so zieht, ne? Ja, das sah doch gut aus. Die letzten drei Schüler, die du bekommen hast, sind die Pflegeleichten. Kann das sein? Ja, die Theorie ist ja... Ne, Praxis, Praxis. Da habe ich Ihnen schon gesagt, der Motor dreht nach rechts. Wenn er nach links dreht, drückt er dich nach rechts weg. Das heißt also, wenn du jetzt nichts weiter machst an den Scheuerlein, fliegst du eine flache rechts vor. Das heißt, du ziehst nur links etwas stärker, sodass du geradeaus fliegst. Wenn du aus der Meinung bist, dass es dir alles so unsicher, flieg ruhig rechts rum, ist kein Problem. Gar nicht schlimm, da passiert nichts. Gar nicht schlimm. Nein, das ist nicht schlimm. Aber ideal ist es eigentlich, und so ist es nachher auch. Bei der Prüfung, dass du zeigen sollst, dass du ihn beherrschend fähren, das heißt, du sollst geradeaus stark, gerade hier. Und dann legst du jetzt in Richtung fest und dann bleibst du dabei. Läuf so lange, bis er dich abhebt, guck dir am besten da hinten irgendwas an, außen, da willst du hin. Wenn deine Höhe aufpassen, passt eine sichere Höhe, dann ist es egal. Kannst du schon mal noch? Ja, jetzt, ich war jetzt schon. Ja, ich bin schmackig. So, ab in die Luft. 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 Komm, 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 komm. So, ab in die Luft. Kann aber gleich wieder zurück drehen. Wann auch gleich wieder zurück drehen? Ja, das steckt man in die Luft. Ja, das steckt man in die Luft. Wo wollen wir in diese Richtung bleiben? Also die ist jetzt eher auf den Bäumen zu sein. Dann lasse ich jetzt nicht von der grilleten Kante identifizieren, sonst freundlos läuft wir einfach weiter. Oder sie bricht eben ab, ne? Jawohl. Gas weg, Motor aus, umdrehen und dann drehen. Die Sonja macht. Sonjas erster Alleinflug, wollen wir mal schauen, ob's klappt. Die Pudence. Im Baum. 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 So, jetzt flieg mal rechts rum, lass einfach die linke Seite ein bisschen nach und dann kommt er schon. Jawoll, siehst du? Und rechts ein bisschen ziehen, ein kleines bisschen, so siehst du, wunderbar. Wie gesagt, komm langsam rechts rum. So, jetzt fliegst du einfach direkt auf die Strecke. So, jetzt wartet du. So. Je nehmt schon so fünfig fonts, wie gesagt. So, jetzt zieh durch, zieh durch, wunderbar. Tipptopp! Scheiße! Wäre empfehlenswert. So, herzlichen Glückwunsch! Schau mal was! Danke, Sonja! Das ging plötzlich so schnell hoch. Und das Landen habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Nein, das hast du sehr gut gemacht. Du machst ja auch genau, wenn ich dir was sage. Du machst das auch anders als ich. So, und der zweite Start. Ja, und aus. Mutter aus. Und der zweite Start. Renn, ren, 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 ren! Ren! Renn! Renn! Nimm auf! Renn! 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 Das war's für heute. Stöhnt mal nicht so viel rum, ist alles auf dem Video drauf. Jetzt kommt er von da. So, letzter Versuch, Nullwind, Sonja Renn, eine Chance. Renn, 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 gut, renn, 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 gas, renn, gas. Sehr schön. Jawohl, einfach klar auf, rein, nur gut, einfach rein, einfach rein, voll. Das ist, auch klar hat sie gemacht.